Dieser Beitrag zu Stadt- und Stadtteilveränderungsprozessen beleuchtet das Alltagsleben als Plattform für soziale Interaktionen und dessen alltägliche Einladungen in den digitalen Raum. Vorausgesetzt wird also die Digitalisierung als eine der dominanten Transformationstreiber unserer Zeit ebenso vorausgesetzt wird, dass die fortschreitende Digitalisierung auf Stadt- und Stadtteilentwicklung einwirkt. Dieser Beitrag stellt die folgenden Fragen. Wo sind alltägliche Einladungen zur sozialen Interaktion an der Schnittstelle zwischen analogen und digitalen Räumen im Stadtteil zu finden? In Anlehnung an das Rahmenthema dieses Online-Kurses wird auch diskutiert, ob diese hybriden Räume geeignet sind, um im Sinne einer sozialen Innovation auch demokratiepolitische Veränderungen zu ermöglichen. Sie erhalten damit aus einer sozialwissenschaftlich geprägten Perspektive der Stadtgeografie Impulse aus der Betrachtung des Alltagslebens zur Identifizierung analog-digitaler Plattformen als Orte der Begegnung einerseits und andererseits als Maßnahmen, um das individuelle Zugehörigkeitsgefühl in einem Stadtteil zu erhöhen. Es geht um die beiden Konzepte Alltagsleben und Digitalisierung, die als Kombination gedacht als urbane soziale Plattformen Stadt mit gestalten. Es geht also damit einhergehend auch um Überlegungen, welche Effekte eine zunehmende Digitalisierung des Alltagslebens auf das gesellschaftliche Miteinander und auf das Zugehörigkeitsgefühl in Städten haben kann. Das Alltagsleben in der Stadt ist kontextabhängig. Kontext bedeutet in diesem Zusammenhang, wo befindet sich der betrachtete urbane Raum und wie ist dieser gestaltet. Dies umfasst die gebaute Umwelt, Gebäude, Straßen oder auch Freiräume. Aber auch die Ausstattung mit Infrastrukturen von öffentlichem Nahverkehr bis Bildungseinrichtungen sowie deren Verfügbarkeit und Erreichbarkeit bilden den räumlichen Kontext. Gehen wir einen Schritt weiter mit unserer Betrachtungslinse des Alltagslebens und der Digitalisierung, um die Stadt zu analysieren und zu verstehen. Städte sind im stetigen Wandel, nicht nur in Bezug zur gebauten Umwelt und deren Infrastrukturen. Sie sind vor allem in stetiger Veränderung aufgrund ihrer soziodemografischen Veränderungsprozesse. Stadtgesellschaften werden geprägt durch individualisierte und fragmentierte Lebensstile. Der Soziologe Wertherweg prägte dafür den Begriff der Superdiversität. Superdiversität betrachtet vor allem migrationsbedingte Veränderungsprozesse und deren zeitliche und räumliche Dynamiken. In Ergänzung zu dieser soziodemografischen Perspektive werden Städten und ihren BewohnerInnen auch ein besonders hohes Innovationspotenzial und auch eine hohe Ressourceneffizienz zugeschrieben. Städte sind zum einen Entwicklungs- und Innovationspole. Zum anderen sind StadtbewohnerInnen aufgrund ihrer räumlichen Nähe besonders effizient im Teilen urbaner Infrastrukturen. Der größte Hebel für Ressourceneffizienz wird daher ebenfalls den Städten zugeschrieben. Doch Dimensionen wie Ressourcenzugang, deren effiziente Nutzung und innovative Weiterentwicklung sind eng verknüpft mit der Frage um gesellschaftliche Teilhabe. Diese Teilhabe wird aus einem sozialwissenschaftlichen Stadtforschungsverständnis geprägt, im Zuge sozialer Interaktionen an Orten der Begegnung produziert und ausverhandelt. Die Soziologinnen Dankschat und Alisch liefern uns hier vier analytische Dimensionen zur gesellschaftlichen Teilhabe bzw. zur wahrgenommenen Teilnahmemöglichkeit aus BewohnerInnenperspektive. Die Analysedimensionen umfassen funktionale, soziale, symbolische und politische Ressourcen. Funktionale Ressourcen beinhalten beispielsweise den Zugang zu Arbeits-, Bildungs- oder Wohnungsmarkt. Soziale Ressourcen berücksichtigen beispielsweise die Einbindung in soziale Netzwerke. Symbolische Ressourcen hingegen orientieren sich mehr an individuellen Wahrnehmungen, wie beispielsweise das Gefühl von Anerkennung, Zugehörigkeit und Identität, aber auch Stigmatisierung. Politische Ressourcen werfen letztlich den Blick auf Repräsentativität, wie beispielsweise das Wahlrecht und die Möglichkeit, an Wahlen teilnehmen zu können. Was steht nun in einer Stadt bezüglich der gesellschaftlichen Teilhabe ihrer BewohnerInnen am Spiel? Vor allem vor dem Hintergrund einer Alltagswelt, die zunehmend durch Digitalisierungsprozesse verändert wird. Es besteht das Risiko, dass Alltagsleben und Alltagsbegegnungen im analogen, nicht-digitalen Stadtraum abnehmen. Damit kann der Verlust des individuellen Zugehörigkeitsgefühls eintreten, der letztlich in einem Verlust der kollektiven sozialen Kohäsion mündet. Damit sind einfach ausgedrückt das Miteinander und der Zusammenhalt in einer Nachbarschaft, in einem Stadtteil, in einer Stadt und so weiter angesprochen. Einhergehend mit einem Rückgang an sozialer Kohäsion kann auch verringertes zivilgesellschaftliches Engagement und sinkende Solidarität im Kontext multipler Krisen am Spiel stehen. Um den Verlust der kollektiven sozialen Kohäsion zu verhindern, wäre an dieser Stelle die Frage zu stellen, sind hier analoge digitale Nachbarschaftsplattformen geeignete Gegenmaßnahmen? Nun klären wir zunächst den durch Digitalisierung fortschreitenden Plattform-Urbanismus. Der Plattform-Urbanismus betrachtet vor allem digitale Plattformen, die Angebote des urbanen Alltagslebens mediieren. Das umfasst Plattformen beispielsweise für Essens- und Nahrungsmittellieferungen bis hin zur Vermittlung kurzfristiger Wohnmöglichkeiten oder Mobilitätsformen. Laut der Geografinnen Baurel und Strüfer entstehen durch den Plattform-Urbanismus neue Beziehungen und Interaktionen zwischen ServiceanbieterInnen und NutzerInnen. Ich erweitere an dieser Stelle um eigene Beobachtungen im Zusammenhang mit plattformbasierten analogen Einladungen des Alltagslebens. Diese werden erst aufgrund eines fortschreitenden Plattform-Urbanismus, wie wir ihn eben beleuchteten, möglich. Diese Einladungen können in öffentlichen Mikroräumen identifiziert werden. Ich führe dafür drei Beispiele an. Erstens die Einladung zur Nutzung und Durchführung von Mikromobilität, sogenannte Hubs zur Buchung der Mikromobilität. Zweitens eine sogenannte Plauderbank, also ein Sessel, der in kleinen Stadtteilparks zum gemeinsamen Gespräch zwischen und unter Unbekannten einlädt. Drittens der Bücherschrank auf Vorplätzen oder Freiflechten, der zum Ausleihen oder Bringen von Büchern und auch Lesen einlädt. All diese analogen, nicht-digitalen Räume, bieten auch eine Schnittstelle in den digitalen Raum an. Direkt wie indirekt. Mobilitätsabfragen, um von A nach B zu kommen, erfolgen digital. Gespräche auch unter Unbekannten können durch das digitale Angebot von Intermediären wie NGOs auch spontan und abseits einer Sitzbank im öffentlichen Raum geführt werden. Das Teilen oder sogenannte Sharing von Gegenständen, Dienstleistungen und sogar Räumen wird in digitalen Nachbarschaftsplattformen erleichtert. Es ergibt sich also durch die Einladung im analogen Raum eine Weiterführung sozialer Interaktionen im digitalen Raum und vice versa. Abschließend nehme ich Sie an dieser Stelle noch in eine Fragestellung einer geografischen Raumwissenschaftlerin mit. Wie wird in diesen drei Beispielen Raum umverteilt? Denn genau hier wird die gesellschaftspolitische Dimension am Aspekt der gerechten Raumverteilung deutlich. Die soziale Innovation macht diese gesellschaftspolitische Dimension im Verständnis der RaumplanerInnen Mulat und McCallum lesbar. Aus einem sozialwissenschaftlichen Verständnis adressieren soziale Innovationen Notwendigkeiten und unerfüllte Bedürfnisse. Sie ermöglichen neue Formen von sozialen Beziehungen und unterstützen kollektive Befähigung. Oftmals werden in politisch-planerischen Diskursen neuen Aktivitäten und Initiativen wie einem Bücherschrank, aber auch Nachbarschaftsgärten oder neuen Wohnformen voreilig das Potenzial einer sozialen Innovation zugeschrieben. Deren gesellschaftspolitische Tragweite ist jedoch oft erst nach längeren Zeitperioden oder sogar nur retrospektiv erkennbar. Denn für eine kollektive Befähigung braucht es mehr. Wenn soziale Innovation auch in ihrer politischen Wirkung gelesen wird, so schließt dies auch Veränderungen etablierter Machtpositionen ein. Und das beginnt wiederum an der eingangsgestellten Frage, wer Zugang und Teilhabe an solchen Bottom-up im Sinne von gesellschaftlich von unten initiierte und getragene Aktivitäten hat. Das Alltagsleben in der Stadt bietet geeignete Möglichkeiten, diese Einladungen zur Teilhabe niederschwellig auszusprechen.